Das ist meine Hobby. Und wenn die Klamotten haben will. Da ist auch hier schön viel dran. Jedenfalls sind meine Tabletten alle. Wenn meine Hobby. Kannen Sie das? Und ihr seid entlassen. Und die Irrung. Wir haben die Alten bedient, jetzt wollen wir noch mal was für die Kleinen machen. Pretty Woman werden, deswegen Pretty Woman, aber in der Version. Und apropos Schwein, der ist die Sau. Kittenstiefel. Und der will dring dieses Ding kaufen. Und mir. Der 2 Uhr Lummerland Express wartet nicht. Folgendes Problem. Ja. Weißt du, Rauchen ist schädlich. Gehen wir dann mal shoppen, Edward? Ich folge dir im Sicherheitsabstand, ja? Das ist ein Scheinriegel. Ihr seid gemein. Wenn ihr das kaufen möchtet, dann kann sie das tun. Bravo.